den hatten wir noch nicht so oft deswegen machen wir jetzt den warum wir die den kampf oben weglassen ganz einfach wir haben da schon mit bedeutend weniger einheiten gegen bedeutend mehr feindliche fraktion und größere heldentruppen bekämpft deswegen ist das jetzt nicht so super interessant für uns also wir kennen den kampfverlauf es hat sich eingeschliffen wir wissen jetzt wie das abläuft da das brauche ich nicht jedes mal zeigen wenn angegriffen wird wobei das jetzt der letzte oder vorletzte anruf auf das gebiet sein sollte das ist doch hier zu 300 prozent macht du das ruhig das neue gebäude ist fertig zurück an die arbeit jetzt kann ich hier nämlich noch ein sägelwerk einsetzen macht euch wieder an die arbeit genauso wie hier ein kleines sägelwerk hier hinknall da steht es niemanden im weg ihr seid alle team 2 warte mal ich habe bei lourdes gar nicht nach produziert da haben wir einen trupp verlust ich glaube das schon der zweite oder dritte trupp der offiziell auf der ringkarte verloren wurde haltet euer werkzeug bereit das ist das gebäude aber ich weiß wer ärger bekommt wenn ich das nicht bald habe schaku müsste es hier nicht auch türme geben die mir die beschwörungszeit verringern dann rennen wir weiter zu dem hier vorwärts wagen wir haben viel zu tun es gibt viel zu tun wir wissen was zu tun ist ich weiß ich weiß ähm das auge beobachten wir uns so ist das problem okay wir wissen nicht wo unser einer gegner ist aber es ist isengard er hat keinen störenden helden dabei also isengard helden habe ich einigermaßen unter kontrolle den einen elfen helden der sich unsichtbar machen kann den ich nie sehe wenn er mich angreift der stört viel mehr und der drache ist sowieso noch viel schlimmer weil die meisten truppen nichts gegen ihn tun können ich wollte gerade erst überlegen ob ich bodentruppen sage aber wir haben nur bodentruppen flieger sind in diesem spiel ja die absolute ausnahme kannst du sagen kannst du irgendetwas außer andere richtige einheiten als marzen zu zeichnen wagen und dumm lach oh ja den kann ich ja den wir Oh, ein Gasthof. Okay, hier gehen wir weiter. Den zwei. Das ist jetzt natürlich ideal. Ich bleib zu hoffen, dass die Warkleiter überhaupt die Trophäe hier hin. Und fünf, danke. Achso, wir können nicht mehr essen, weil wir schon gegessen haben. Wie lange brauchst du zum Händen? Alter. Ja, da gehst du mal schön von weg. Los! Ja! Ja, da gehst du mal schön von weg. Ähm, ja, was machen wir jetzt? Ich möchte ungern meine Bogenschützen direkt zur Festung schleppen. Ich möchte aber auch nach Möglichkeit verhindern... Ah, da ist er. Jetzt wird gefressen! Ähm, dass das hier zu lange dauert. Wir können ja Team 2 rufen. Und uns langsam mit Türmen rankasten. Kreist sie ein! Kreist sie ein! Ist alleine! Hört mal! Kommt ihr Schlecken! Ich finde es gut, dass sie die Einheitenbelegungen auch nach Betreten und Verlassen des Turms gespeichert haben. Ja, du kannst nicht mehr. Ja, du kannst nicht mehr. Ja, du kannst nicht mehr. Ja, ha, 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 ha! Erreitet! Hinein! Schnell! Du kannst mit deinem Tier in den Turm. Krass, sind so ein Eisung, Alter. Ach ja, wir haben ja Feuerpfeile, ne? Wobei, wir kommen trotzdem nicht schnell gemütlich. Also der Festung. Haben die einen Waagbau? Ja, da oben. Aber nicht viel anderes. Zurück in Formation! Bleib zusammen! Die Sänger beide gehören dem Feier! Ja! Keine Verluste, bitte. Ihr geht außen rum auf die. Ihr geht da mit hin. Ihr geht da mit hin und ihr lenkt die ab. Team 2 geht erstmal da helfen. Baugenschützen! Machen wir hier einen Kampfrausch. Und einfach nur fürs Protokoll, damit wir mehr... ...mehr Geld haben. 6.000. Offiziell haben wir kein Problem mit Geld. Auch kein Problem wegen zu wenig oder zu viel Geld. Ich glaube, wir sind ziemlich stark. Was ich jetzt übrigens noch vergessen habe. Wir haben einen Feind für dich. Aha. Gut. Ich habe schon wieder die Uhr nicht gestellt. 8 Minuten. Wir haben also jetzt ungefähr 10 Minuten im Part. Okay. Weil mein Wecker das 10 Minuten klingeln ablässt, dann geht's los. Ja, genau. Wir haben ja... Gut. Doch, ein Angriff könnte noch kommen. Wenn wir nämlich jetzt diese Runde das hier einnehmen, was wir schon eingenommen haben, glücklicherweise, werden sich die Helden vermutlich in das nächste befreundete Gebiet zurückziehen, was das hier ist, was dann dazu führt, dass sie nächste Runde alle ganz stumpf wieder hier reinrennen. Außer dadurch, dass das hier keinen Kontakt zu dem hat, zum Hauptquartier, wird das ein neutrales Gebiet. Das wäre dann unschön. Würde aber auch bedeuten, dass sich alle Helden hier hin zurückziehen. 1, 2. Genau. Weil hier wäre ja... Also hier oder hier wäre 1, 2, 3. 1, 2. So, 1, 2. Die werden alle hier landen. Gut. Machen wir trotzdem diesen Angriff. Weil ohne Held gegen Held. Oh, das ist das wieder. Die Küstenstadt. Hatten wir lange nicht mehr. Also, was heißt lange, ne? Hatten wir halt schon. Ein paar Parts nicht mehr. Was steht da eigentlich drüge? Dicke Besatzung. Team 1. Team 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fertig. Wie viele Angreifer haben wir? Einen. Einen. Einen Isengard-Angreifer. Sie wittern den Wald. Sie wittern den Wald. Lass die Wartel. Ba, 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 einholen. Das neue Gebäude ist fertig. Armbrüste. Aber viel in dem Umgebung zu haben ist gar nicht so schlecht. Kommt ihr Schnecken. Hier wird nicht gefauletzt. Wir können dann direkt alle vier Gasthöfe in der Umgebung annehmen. Und Team 1. Muss noch warten. Wir haben das Gebäude. Weil ihr sowieso gerade alle hier in der Nähe seid, geht immer da hin. Ihr habt das. Ihr habt das gleich. Der Trollbau ist hier. Das heißt, wir können theoretisch hier das Holzfällerlager ansetzen. Hier so. Das müsste auch... Boah, ne. Das geht nicht. Wir brauchen also hier erstmal einen Turm. Viel wichtiger. Lauf weg. Triff möglichst wenig. Sehr schön. Gut gemacht, Trolli. Ist hier überhaupt ein Gegner? Ja. Boah, Speerträger. Wie widerlich. Haben die noch irgendwas anderes? Gut. Aber das heißt, wir haben hier... Hier unten die Festung des Feindes. Und können uns ganz entspannt darauf einstellen. Was greift hier an? Ach, Schaden. Das war das. Macht euch wieder an die Arbeit. Wir haben viel zu tun. Was sagen eigentlich unsere Waag... Ja. Bereits gekauft? Bereits gekauft. Okay. Dann können wir hier den Waagbau einstellen. Team 2. Nicht trödeln. Lass die Waage los. Los. Ich glaube auch, dass da der Feind ist. Lauf. Lauf. Schneller. Lauf. Diese Gebäude gehören den Feind. Ja. Einmal durch. Ja. Haltet die Waage in der Waage aufrufe. Weg von den Speeren. Weg von den Speeren. Weg von den Speeren. Weg von den Speeren. Lauf. Damit wird schneller. Komm schon. Hehehehe. Ruhe. Schieß. Los. Wolle. Machen wir halt den erstmal kaputt. Stopp. Die Fahrzeuge sind hungrig. Die sorgen für weniger Schaden und wir laufen weg. Und du musstest unbedingt noch in die Sperre reinrennen, ne? Aber na gut. Rüstkammer. Wir haben keine Festung. Ah, die sind ihre dämlichen Speerträger schon mal los. Ja, dann feuert auch. Heute noch. Ich würde mal sagen, da kannst du von ausgehen, dass das der Feind ist. Ja, besser. Ja, besser. Ich würde da Trupps platt machen. So rum. Dann bist du Team 3. Weil Team 3 einsatzfähig ist. Oh. Oh. Ich hab keinen Bock, dass das Engel sonst hat, aber... Ja. 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 Genau. Wenn wir noch länger brauchen, kriegen wir auch schwere Rüstung. Ja, wir haben wenigstens die Einheit wiederbekommen, die wir zerstörten lassen haben. Ich hätte es besser mit aufpassen müssen. Ne? Fällt es dem System auf? Nein. Aktuelles Level 1. Ach ja, klar, weil keine Rüstkammer am Gebiet. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich hier die platt habe. Weil der Kampf wird echt langweilig. Ich würde dann mal soweit sagen, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.